ja hallo und willkommen bei KNHD ja heute zu einer weiteren folge und ja beim letzten mal hatten wir ja die kampagne ja angefangen und die sollten wir ja vier mal abschließen ja genau und das habe ich quasi außerhalb des videos noch gemacht und jetzt können wir hier die vierte also vier von vier können wir jetzt hier die belohnung abholen fordern diese ein und haben hier ja vier von vier abgeschlossen und das nächste ist jetzt hier die was weiß saugungskugel weiß ach die weiß saugungskugel ok zusammensetzen ja und dazu brauchen wir hier diese teile die haben wir ja eben hier in diesem teil gesammelt ja und sagen beginnen und das ganze dauert neun sekunden ja machen wir das schnell fertig hier so können hier die belohnung wieder abholen eine weiß saugungskugel verwenden deckt spieler des ordens des dritten auges auf ok ist ein verbrauchsmaterial einfordern so und haben hier das ziel erfüllt und hier ist die anforderung nicht erfüllt und zwar weil wir die letzte mission ist ab stufe 20 verfügbar ok die können wir aber machen und dafür bekommen wir dann hier einen 12 platz behälter und dafür brauchen wir 12 von diesen dokumenten und suchen nach der gegenwart letzte mission abschließen und wie es aussieht müssen wir dafür ja die sybella wieder besuchen und die die befindet sich doch normalerweise genau die befindet sich wieder da oben ja in diesem in diesem wie heißt das in dem gewölbe ne wir werden es gleich sehen wenn wir da reingehen ja und alle die das letzte world of warcraft video nicht gesehen haben werden sich natürlich wundern jetzt auf einmal der neue trailer ja genau ich habe einen ja einen neuen trailer habe ich nicht neues intro und genau hier noch mal vielen dank an heiko der mir hier ja das ganze ermöglicht hat hier so ein cooles intro zu erstellen und ja genau ab sofort neues intro hier bei all meinen videos auf youtube so und wir sollen jetzt hier gewölbe der gewölbe der halle der halle der gerechtigkeit genau so und da gehen wir rein und finden hier wieder die sybella und mit der sprechen wir jetzt mal genau die zukunft zusammensetzen abgeschlossen ja sybella redet wieder mal nicht wenn er wenn ich an den zustand der fragment der fragmente denke die wir zur verfügung hatten muss ich sagen dass die kugel anscheinend gut gelungen ist natürlich würde ich sie unter keinen umständen für die wahrsagung einsetzen doch sie sollte problemlos die verborgenen speicher des ordens des dritten auges aufdecken können ich werde die kugel aufbewahren bis ich den ort gefunden habe an dem sich mit hoher wahrscheinlichkeit speicher finden lassen ok ja gut quest abschließen hier so und es suche nach der gegenwart so für diese quest muss man level 20 sein so beschafft die dokumente des ordens in der black dagger feste da wir nun eine funktionierende kugel haben sollte es uns möglich sein einige der verborgenen speicher des ordens aufzuspüren die magischen gegenstände die was der 1 darin gefangen wurden sind schon vor langer zeit verschwunden doch ich bin mir sicher dass wir darin dokumente mit hinweisen auf den stab von safras vorfinden werden ich bin versucht euch zu verraten wo ihr einige dieser speicher finden könnte immerhin habe ich sie ja bereits in meinen visionen gesehen doch ich befürchte dass diese art von voraussicht meine vision und was ungültig also meine vision ungültig machen könnte ich werde euch aber dennoch ein hinweis geben sucht nahe der black dagger feste ja und das nehmen wir natürlich an und und ich denke die hat sie aufbewahrt das hat sie zumindest gerade gesagt na gut so legen wir mal hier runter und ja müssen jetzt zur black dagger feste oder schauen wir gleich mal so so na dann würde ich sagen machen wir doch mit dieser kampagne weiter den letzten schritt hier und dann um dann um dann ähm ja unser 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 neues zwölf platz back hier zu erhalten ja taschen ist so immer das das wichtigste was man braucht und wie gesagt ich habe dafür halt auch schon ein bisschen geld ausgegeben na wie auch immer auf jeden fall müssen wir das jetzt mal hier markieren besucht tun untersucht die leichen friedhof never dead geschafft dokumente genau sind level 29 quest und wir können sie mit 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 20 annehmen das ist auch interessant na gut dann tun wir die mal markieren hier machen das hier mal weg so und dann schauen wir hier hin sollen genau wir sollen in die black dagger ruin ja komm dann machen wir das fertig dann haben wir diese kampagne fertig ja so und wir sollen hier sollen wir jede menge machen die jagd dokumente beschaffen das passiert da hinten okay na dann dann gehen wir doch mal dahinter und gucken mal ob wir hier diese dokumente beschaffen können ach so genau ich hatte hier auch noch bei den kräften dieser gezielte schuss wäre wohl doch ganz gut dann nehme ich den mal ich bin ja immer noch so ein bisschen am probieren ja mit der skillung und so weiter und habe mir diese skillung da mal angeschaut die mir ja in den kommentaren quasi empfohlen wurde schade nur dass bei dieser skillung diese diese ja wie soll ich sagen diese black dagger feste wird gerade sagen das ist doch auch eine instanz hier die die skillung hier nicht angezeigt wird ne so was wollte ich sagen und zwar genau dass mir bei dem tipp hier die kräfte verteilung und auch die talent der verteilung nicht angezeigt wird das wäre natürlich interessant mit was für eine talent der verteilung man diese diese ja diese kräfte dann spielt naja egal egal ja das haut auch ganz gut rein aber man hat nicht so einen schönen ae schaden oder so muss man jetzt vielleicht diese kugel benutzen verbrauchsgut keine stufenanforderung kann ich hinzu ja auch ganz gut dieser gezielte schuss und ja ich probiere das mal aus und hier drauf klicke und hier das anmache und dann führt mich dieses teil ja theoretisch zu den schätzen äh zu den dokumenten ah schau her also man muss dieses teil natürlich benutzen so haben wir das erste so ja dann äh weiter geht's so benutzen wir das wieder ok hier ist wieder die nächste kiste so hat es geklappt ja das hat noch geklappt sehr gut ja immer schön aktiv halten das ding und dann sollten wir doch hier unsere dokumente finden hm so ist hier vielleicht wieder irgendwo was versteckt die sind ja angeblich im kompletten gebiet aber irgendwie wenn man sobald man das ziel anfängt fängt die an hier ist wieder eins merken die gegner quasi schon dass man sie anvisiert oder ist das jetzt zufall fünf stück haben wir schon ich weiß blöd ist also die falsche taste ok das funktioniert auch ganz gut wenn man nicht lange zielt sondern einfach nur so schießt über überklicken geht das auch ganz gut so die haben wir schon gefunden außer reichweite hier ist das nächste ja doch gefällt mir ganz gut ja die haben wir schon ich hoffe auch dass wir mehr als diese als diese also dass mehr mehr kisten da sind als wir als wir brauchen ne hoffe ich mal so ok 50 banditen haben wir gekillt haben wir jetzt einen kleinen erfolg wieder bekommen und wir brauchen wieder wir müssen die kugel wieder anklicken wir hier die dokumente sehen ja im richtigen gebiet sind wir noch diese quest kann man natürlich wahrscheinlich auch verbinden mit einer ähm mit einer anderen quest weil man muss hier oben definitiv irgendwann mal questen und dann ja könnte man die hier auch ja quasi kombinieren ich schneide euer herz ich schneide euer herz ich schneide euer herz war hier hinten eine ne aber unsere kugel ist auch gar nicht mehr an deswegen vielleicht äh hier steht wieder eine hier steht wieder eine so so unser leben hier mal langsam wieder ein bisschen voll kriegen y so kugel wieder einschalten und looten 9 von 12 haben wir 11 von 12 also hier scheint auch mal mehrere drin zu sein so hier geht es nicht weiter das heißt wir gehen hier runter und dann schauen wir unten nochmal ob wir was finden ob wir noch was finden hier da hinten oben waren wir noch nicht oder wir sind von wo sind wir gekommen von da irgendwo oder ja dann gehen wir nochmal da hoch schauen wir ob hier noch irgendwo so ein dokument rumliegt nein leider nicht schauen wir hier unten nochmal ein bisschen weiter ich schneide euer herz ja der gezielte schuss geht ganz gut ne hat zwar eine man muss halt stehen bleiben oder glaube ich zumindest ich habe etwas falsches erzählt man muss stehen bleiben oder genau man kann sich gar nicht bewegen während der der schuss gecastet wird aber der geht ganz gut der macht ganz schön schaden gefällt mir so die kugel wieder einschalten und hoffen dass wir jetzt die das zwölfte dokument auch noch finden so ach da hinten steht einer okay so erstmal schauen dass wir hier unser Leben wieder voll kriegen wo habe ich denn hier die die teile so haben wir die kugel hier wieder rein so obwohl das glaube ich eine blöde idee ist das weil die kann man schon einmal im notfall gebrauchen so haben wir noch schnell eine münze werfen so und so kugel wieder einschalten hier oben ist nichts ja wo sind denn die letzten dokumente denn jetzt noch hier gibt es noch nicht da hinten sind sie super da hinten ist noch eine eine kiste mein gott so und ja damit hätten wir diese quest abgeschlossen und können wieder zur zu sehen zurück oder ja der hat sich jetzt hier noch einen Haltrang reingepfiffen aber der hat ihm nichts gebracht trotzdem hin so und ja wir müssen jetzt wieder zurück oder kampagne ordens analysieren abschließen ah sollen wir jetzt hier ah jetzt ist er verfügbar weil wir diese zwölf dokumente haben alles klar ok sagen wir hier beginnen dauert wieder neun sekunden bringen uns hier mal in der zwischenzeit so ein bisschen in sicherheit weil hier der respawn doch ganz äh ganz äh ganz schön hoch ist ups wir bleiben und liefern wir werden alle sterben ähm ja hier können wir raus so man muss auch ein bisschen aufpassen wenn man auf dem mount ist wenn man dann zu oft getroffen wird wird man natürlich abgeworfen hier und ähm ja ein pech hatten hat so viele an der backe das auch nicht weiter günstig so kampagnen aufgabe schauen wir belohnung abholen und hier bekommen wir ja den hinweis und ja unseren zwölf platz behälter und sagen hier einfordern ja und haben unsere erste kampagne zu 100 prozent abgeschlossen zack fortschritt erledigt so weiter geht es dann hier natürlich im pestturm hier müssen wir den turbulente zeiten haben wir ja in der letzten folge gemacht ähm ja ich denke geht es dann weiter mit dem pestturm weil wir den magier ja nicht so vertrauen und ähm ja hier äh ja ihn nochmal aufsuchen sollen genau damit geht es dann weiter aber jetzt haben wir hier erstmal das hier beendet und kriegen hier unsere 12er tasche die legen wir natürlich gleich ins inventar und die finde ich ganz cool das ist so ein streifen und der reicht nämlich genau für die sachen die man immer so bei sich haben sollte also diese standard geschichten ne wie es die tun ja die brauchen wir jetzt theoretisch nicht aber die sammeln ich halt immer auf dem platz weil die droppen recht häufig und ja genau dann äh natürliche schriftrollen identifikation die ganzen pakete hier damit wir ein bisschen was öffnen können so dann können wir das hier wieder reinpacken genau so geht das jetzt nicht sieben minuten ach hier entschuldigung das hier natürlich so die kugel die müssen wir wahrscheinlich noch abgeben so dann haben wir hier noch ein paar hildränge die können wir dann ab stufe 30 nutzen genau aber das sind so die die standard sachen die ich quasi immer da unten drin liegen habe da kommen dann später noch so zwei drei sachen dazu dann hier noch so ein tragbarer altar oder sowas wenn man den denn braucht genau gut aber das ist ja erst mal ja gar nicht so interessant so wir sollen auf jeden fall zur sibylla zurückkehren und dafür ist natürlich wieder der wegweise recht praktisch das heißt hier protectors enclaves einmal porten bitte scotty beam aber das wäre ein anderes spiel beziehungsweise ein film halt ne ja das sommerfest neigt sich dem ende noch drei tage und 16 stunden waren es glaube ich oder ich habe gerade nicht so aufgepasst sommerfest drei tage 16 stunden genau haben wir noch zeit und ja mal gucken was war da bis dahin an belohnung fertig bekommen haben aber wir haben uns ja schon diesen diesen eber geholt und naja so quest abgeschlossen hier und suche nach der gegenwart abgeschlossen ja sie redet immer noch nicht okay dann machen wir das wieder ah ich verstehe das ist hilfreich vergebt mir ich bin einfach nur ein wenig enttäuscht obwohl ich damit ja eigentlich hätte rechnen müssen um den stab von safras zu finden reicht es nicht sein seinen ort in was in der materiellen ebene zu kennen sondern man muss auch wissen wo er sich in zukunft befinden wird dazu werde ich meine kräfte der weissagung einsetzen einsetzen müssen dadurch wird eure hilfe bei meiner suche ist sogar noch entscheidender bitte haltet mich auf haltet mich auch weiterhin über bedeutende ereignisse in eurem leben auf dem laufenden ich werde euch wieder zu mir rufen wenn ich meine suche nach dem stab fortsetzen ok kriegen wir noch mal 2000 erfahrungspunkte ein paar silbermünzen und sagen ihr quest beenden ja und haben jetzt quasi den laden noch wenn wir schon mal hier sind können wir gleich so ein bisschen was verkaufen hier von diesen von diesen sachen die können wir identifizieren ja können wir eigentlich machen das graue zeug werfe ich auf jeden fall erst mal alles weg die ringe warte ich mal noch mal meine gefährten haben irgendwie glaube ich einen ring gebraucht so was ist das hier ein gürtel ich glaube den hat er auch noch den gürtel können sie gar nicht tragen oder den gürtel können sie doch gar nicht tragen die gefährten oder also dem habe ich schon ring gegeben hr ring genau so und der hat hals haben wir jetzt auch nichts im angebot ja sonst kann der eigentlich erst mal nichts weiter wäre das besser empfohlen verteidigung verteidigung und der hat lebensentzug ja komm gibt man ihm den hier mit verteidigung okay dann verkaufen wir hier noch klein noch ein bisschen was und zwar hier dieses ganze graue zeug genau dann können wir hier diese sachen können wir hier ich socke ja immer fleißig oder veredle immer fleißig dass wir irgendwann mal dieses artefakt auf blau kriegen und alle steine die ich hier so übrig habe was war das jetzt das wollte ich nicht man kann auch hier einfach drauf klicken und sagen okay das hier alle und das man muss doch noch aufpassen wenn man später steine im inventar die man hier nicht zum veredeln nutzen will sondern vielleicht ja zum sockeln dass man die nicht hier aussehen reinhaut deswegen ziehste lieber so am liebsten in dieses inventar so und jetzt können wir hier noch ein bisschen ein bisschen was identifizieren immerhin ein paar blaue handschuhe dabei und noch ein grüner ring der hat verteidigung und wir haben aktuell an eine kraft der verteidigung robustheit also mir gefällt der fast besser wie das teil hier ich würde sagen wir ziehen da mal den hier an ja und jetzt hätten wir schon wieder ein steinchen brauchen können naja egal in dem level so was haben wir hier an 53106 kraft lebensentzug kraft robustheit ich denke das ding ist auch ein ticken besser so und was haben wir hier noch bekommen wir haben ein paar armschienen mit krit verteidigung robustheit sind jetzt nicht unbedingt unsere werte aber die sind natürlich auch noch mal um einiges besser was ist das überhaupt das sind hände die hände sind hier blödsinn das sind die armschienen wo sind die hände doch schon oder arme genau ja passt so jetzt verkaufen wir den rest noch zack hauen wir das noch alles weg hier ja wie gesagt diese steine und was für sockeln die droppen das ist überhaupt kein problem das heißt wir können ja auch noch mal eine anrufung machen gleich und vielleicht sind da ja sogar noch ein paar steinchen drin ja es ist einer drin eine silberne verzauberung und hier ist ein angriffsplatz und wenn wir verzauberung verwalten und hier im angriffsplatz hätten wir erholung ja mei komm rein damit jetzt was haben wir hier drin eigentlich hier haben wir einen angriffsplatz ok ja ist natürlich nicht die beste lösung aber ja besser als nichts gut ja damit hätten wir ja heute die erste kampagne komplett abgeschlossen und ja die 30 minuten sind vorbei deswegen sage ich vielen dank fürs zuschauen ich würde mich freuen wenn ihr mir einen daumen nach oben da lasst und bis dahin sage ich ja tschüss und bye bye